oh freunde willkommen zurück hier bei partisans 1941 und der vermutlich letzten folge denn das ist ja normalerweise die letzte mission wir müssen hier noch nur noch den kapo hier und dann sollte es das gewesen sein so wenn euch der ganze spaß gefällt würde ich mich über eine kleine bewertung freuen natürlich gern meinen kanal abonnieren denn nach dieser folge wird es wohl eine neue serie geben ich bin mir noch unschlüssig welches spiel ich zocken werde so den hätten wir mal weg geholt aber jetzt haben wir immer noch das problem wie kümmern wir uns um die drei herrschaften hier das problem ist was glaube ich wenn ich jetzt hier einfach losballer das ist halt hier der alarm das hat leider nicht geklappt aber ich glaube sogar man könnte es schaffen die beiden gucken ja einfach immer hier lang wie weit guckt er rüber bis hier das heißt sobald ihr von oben weg guckt das war wohl nicht okay ne okay so klappt es auf jeden fall schon mal nicht Das Problem ist, weil sie halt zu dritt sind. Weil sonst einen könnte ich ja mit dem Messer abwerfen. Und den anderen könnte ich... Wir könnten aber mal hier was ausprobieren. Irgendwann hat doch mal noch ein Messer aufgehoben. Genau. Geht mal alle in die Mitte. Und wenn ich jetzt hier mal... ...das Messer... Ich... Ich geh nirgends Platz. WTF? So. So. Puh, aber ich glaub das... Hm... Wenn ich einen hier verstecke... Das müsste ja nochmal gehen. Glaube ich. Dann nehmen wir mal dich. Mal schauen, wenn ich jetzt mit ihm... ... ihn hier abwirf. Was? My recon experience comes in handy. Ich werde ihn aufhören. Ich werde ihn aufhören. Er wird sie aufhören. Folle mich! Und Alarm, oder? Ja, okay. Nee, das hat auch nicht geklappt. Okay, versuchen wir es mal anders. Wenn dich du hier hinstellst. Du wieder zurück. Aber es wird vermutlich genauso wenig klappen. Wir müssen irgendwie die drei ausschalten, ohne damit die das merken. Weil er halt auch bis dahinter gucken kann. Wenn ich ihn jetzt ausschalte, könnte ich ihn mit... Ah, wohl, das könnte vielleicht gehen. Wenn ich ihn mit dem Messer abwirfe. Wirf. Komm her. Du könntest doch rein theoretisch... So. Komm her. Da war wohl nichts. They found me. Das könnte eventuell... Wenn ich ihn hier wegmesser... Den werfe ich mit dem Messer ab. Und dann renne ich hier hin und... Äh, eventuell... Das versuchen wir mal. Das könnte in der Tat sogar funktionieren, wenn er mich jetzt nicht entdeckt. Okay. Er sieht mich. Und wenn ich mich mit ihm hier hinstelle... Er darf mich nur am Anfang nicht sehen. Er muss sich hier hinstellen. Ja, das ist jetzt echt eine knifflige Sache, muss ich sagen. Wenn er mich jetzt nicht sieht... Oh, Trouble. Attack! Es klappt trotzdem nicht. Quiet. Calm down. Calm down. Ah. Ja, Juni. So war es jetzt aber nicht gemeint. Get down. Calm down. Calm down. Ich bin hier. Das war nicht der Plan. Attack! Aufpassen! Aufpassen! Ah, Leute. Wichtig, jetzt. Die Erfahrung mit der Recon kommt. Hm? Ich höre was. Sie haben mich gefunden. Sie haben mich gefunden. Ich könnte sie mit meinem Bladen schlafen. Die Schnecke gehen in. Klar, wenn ich mich hier verstecke, könnte ich ihn irgendwie... Calm down. Lass mich mal bloß, wenn ich jetzt ihn abwerfe, gibt es dann auch einen Alarm. Ich bin hier. Er wird den Alarm rufen. Du hast mal rein, Interesse halber. Verdammte Partisanen. Obwohl, sie hätten wahrscheinlich gar nichts gemacht, glaube ich sogar. Oder? Stell dich du mal hier hin. Dann gehst du dich hier hin. Calm down. Und du wirfst jetzt den ab. Dann rennt ja der hin und... Hä? Vielleicht... Vielleicht geht's doch so. Das ist aber auch echt eine knifflige Sache, muss ich sagen. Ich müsste ihn rein, Trittisch abwerfen, mein Messer holen, wieder rausrennen, weil dann geht er hin. Hm. Ach, versuchen wir einfach, Freunde. Jetzt schau weg. Ich bin auf. Ich bin auf. Bullseye. Ich bin auf. Verdammte Partisanen. Verdammte Partisanen. Verdammte Partisanen. Ah, mit etwas Glück kann's so vielleicht gehen. Die haben nichts bemerkt und die bleiben hier stehen. Dann hätten wir schon nur noch zwei und das könnte man dann rein theoretisch eigentlich schaffen. Oder? Mal bis die Zeit abgelaufen ist. Jetzt stellt's euch wieder an eure Posten hin. Perfekt. Okay, jetzt ist die Seite doch schon einfacher. So. Find cover, jetzt! Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Oh, was ich so faire? ob das geht es wäre eventuell fast gegangen glaube ich oder aber bruder wenn es nicht geschossen hätte dann wäre es tatsächlich gegangen glaube ich careful now hey wo laufsturz sind Ich bin auf. Drop einen. Charge! Quiet. Calm down. Sie sehen uns. Keine Halt. Ein. Attack! Das war das letzte Mal. Get down. Calm down. I'm on it. How many more of you are there? We'll teach them a lesson. We'll help out the vermin. Yeah? Dude, what a reason? We'll be like- We'll be like- Macht er den Alarm, oder? Ist jetzt Alarm, oder ist kein Alarm? Nee. Okay, noch rennt hier niemand wild rum. Was heißt, eventuell? Ah, okay, hat das. Oh, es weht. Okay. Was hat es uns so eigentlich nicht geplant? Aber es hat sogar funktioniert. Hat denn irgendjemand Spritzen dabei? Ja, du. Oh, der mal selber eine Spritze. Dir mal ein Medikit. Ihm Medikit. Du sollst einfach ihm hier ein Medikit geben. Jetzt kommt auch was. Wer noch? Wer noch, wenn nicht uns? Ähm... Hier mal selber eins. Ich hab bestimmt auch schon ein paar Medikitz aufgesammelt. Du, Alter, schau mal dich selbst. Warten wir mal alle nach. Warten wir mal alle nach. Aber voll sind eigentlich alle, okay? Ja, mehr oder weniger. Oh, ja. So, jetzt sparen wir mal nochmal. Jetzt gehen wir mal nochmal da rein. Warum ich wieder? Gut, was kannst du noch machen? Dreckung, Maschinengewehr, bla bla. Mehr Rucksack bringt mir auch nichts. Verteidigungsbonus, Maschinengewehr, Gewehr, Nahkampf haben wir schon. Na, komm. Die Speihand. So, da steckt mein Messer. Bleib hoch. Oh, okay. Ja, okay. Hä? Ja, mit etwas Glück. Nun tut ja niemand nach uns. Nee. Ey. Dann müsste jetzt gleich... ...erledigt sein. Jetzt müssten die dann alle zurückgehen. Wollen wir jetzt mal zurückgehen? Ja, entspannen wir mal. So. Ich muss Mal dein Messer holen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir an den drei vorbei? Er schaut nie ganz rüber, oder? Das heißt, sobald er rüber geht? Der Messer ist gut, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, find cover, jetzt! Na, er sieht mich auch nicht. Perfekt. Nimm mal dein Messer wieder mit. Speichern. So. Schweine. So, packen wir den noch weg. So, dann können wir mal gucken. Gut, er schaut hier immer zur Tür, also müssen wir mal gucken, wie man... Es ist lockt. What? Was soll ich tun? Oh Mann. Es wird nicht fliegen. Hey. Warte, gehen wir mal den Schlüssel? Was soll ich tun? Was ist das? Was soll ich noch? Hä? Lol. Ja, eventuell könnte es sogar schon gleich der richtige Schlüssel sein. Das geht wieder nicht. Müssen wir es wieder so machen. Ich muss irgendwas... Ah, okay. So geht's auch. So, dann speichern wir jetzt noch mal. Dann sperren wir mal die Tür auf und schauen wir mal, ob wie weit der gucken kann. Oh, oder so. Wir werden angegriffen. Schickt Verstärkung. Schickt jeden verfickbaren Mann. So, you're the Commander Zorin who has caused us so much trouble. You must be proud of yourself and that laughable and pathetic attempt against our great German army. You're like a sparrow sitting on a flawless war machine. You don't really believe you can stop us. Excuse us, Commandant. We're in a bit of a hurry. All my bullets are gone. Hä? Manche Türen sind verschlossen. Ja, das weiß ich eigentlich. Tutorial. Geht's von vorne los, oder? Hm? You didn't tell me about the operation in honor of the Great October Revolution. We had a great party. Moscow sends their regards and more. Partisan units' actions successfully undermined the enemy's forces and disrupted their plans. For your heroism, courage and determination in the face of the enemy, Moscow is putting all members of your partisan unit forward for decoration. Huh. Me too. This is a great honor for all of us. On the 7th of November, a military parade was held in Red Square in Moscow. Straight after the parade, soldiers were shipped to the front lines. Oh, I wish we had a radio. Oh, such a shame we missed it. I know. That's why I have this note for you. Captain, will you please read it to the troops? Ahem. Comrades of the Red Army and Red Navy, commanders, officers and partisans, the world looks to you with hope. You have the power to defeat the invading hordes of German bandits. You have been honored with a great mission of liberation. Prove yourselves worthy. May our victory over the occupying scourge be absolute. Death to the fascist invaders. Long live our glorious motherland. Its freedom and independence. Ja, Freunde, wie es scheint, war es das wohl? Ja, wir werden auf jeden Fall den Abspann noch durchlaufen lassen. Ich kann noch ein kleines Feedback dazu geben. Am Ende noch eine schöne patriotische Vorlesung unseres Kommandeurs Sorin. Ja, das Spiel hat mir an sich eigentlich echt gut gefallen, muss ich sagen. Man darf natürlich nicht vergessen, ja, klar, ist immer ein heikles Thema, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, um die Deutschen und so weiter. Aber man darf wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass jetzt das Spiel vielleicht von der Grundidee schon was mit der Realität zu tun hat. Aber jetzt so der geschichtliche Ablauf und die einzelnen Missionen haben wahrscheinlich nicht allzu viel mit der Realität zu tun. Aber dennoch finde ich, dass das Spiel ganz gut gemacht war. In einigen Teilen war es sogar wirklich sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Und vor allem, man hätte das Spiel ja auch noch wesentlich schwerer machen können. Da hätte ich dann nicht wissen wollen, wie die ganze Sache abgelaufen wäre. Aber so im Großen und Ganzen haben wir das Spiel eigentlich ganz gut gemeistert. Es sind auch, glaube ich, 31, 31, 32 Folgen geworden, so um den Dreh rum. Das Let's Play ist dann jetzt damit beendet. Ich werde natürlich dann in den nächsten Tagen ein neues Let's Play starten. Mal schauen, welches Spiel es dann sein wird. Ich bin mir selbst noch unentschlossen. Mal gucken, vielleicht warte ich auch noch auf irgendeinen Klassiker. Aber ihr könnt mir auch gerne jetzt in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock hättet, wie ihr das Game fandet. Ob ihr das Spiel auch selbst gespielt habt. Und natürlich würde ich mich wieder über eine kleine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder bei Valheim oder Halo oder einem neuen Spiel. Okay, Freunde, dann bleibt gesund, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Stevie B. Ciao. 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 Ciao.